In der Nacht auf Sonntag haben Vandalen scheinbar an der Terror-Gedenkstätte in der Wiener Innenstadt gewütet. Kerzen lagen über der ganzen Straße verstreut, Blumen wurden zertreten. NEOS-Parteiobfrau Beate Meindl-Reisinger teilt auf Twitter ebenfalls Fotos, die die zerstörte Gedenkstätte in der Wiener Innenstadt zeigen. Wo normalerweise zahlreiche Gedenklichter, Botschaften und Blumen liegen, zeigt sich ein verwüstetes Bild. Vandalen scheinen in der Nacht auf Sonntag dort gewütet zu haben. Viele Kerzen lagen über die ganze Gasse hinweg verstreut. Wer macht so etwas? Als Gesellschaft müssen wir zusammenstehen, schreibt Meindl-Reisinger auf Twitter. Wie Polizeisprecher Markus Dietrich auf OE24-Anfrage bestätigt, ist die Auswertung des Kameramaterials noch in Arbeit.